Jo Leute, ich bin's. Ich habe zu Weihnachten Nintendo Switch bekommen und seit gestern probiere ich, wie das Ding geht, aber der Bildschirm ist immer schwarz. Vielleicht könnte mir leider weiterhelfen, was ich hier verkehrt gemacht habe. Sorry, ich drücke um einander, aber der Bildschirm bleibt immer schwarz. Schreibt es mal in die Kommentare, was ich hier verkehrt gemacht habe. Ich kenne mich da gar nicht aus mit dem Ding. Jo, das war's wieder. Tschüss.